Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu TV-ATX, heute mal mit dem Palbanter und den Hoden. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Ehrlicher Geschmack, allerdings durch Kiffen zum Beispiel habe ich mir meinen Lungen komplett zerfickt. Das ist einfach, die Leute sagen dir ja, du bist nicht süchtig und so eine Kacke. Ja, viele Leute werden nicht abhängig, aber ich hatte auch eine körperliche Abhängigkeit mehr oder weniger. Ich konnte, nach meiner Dauerkifferei, mindestens eine Woche lang, konnte ich nicht mehr essen als ein halbes Brötchen am Tag. So. Mach's nicht. Ja, okay. Äh, so. Was? Nein, ich glaube, das ist falsch, ey, was ich gedrückt habe. Das ist eigentlich der Schrei. Der Scream, der Schrei eigentlich. Ja, aber ich glaube, alleine Schreien ist es wahrscheinlich, oder? Ah, nee, doch nicht. Oha. Echt, ich kenne fast niemanden, der raucht aus der Palja. Ja, ich... Rauchen, Digga, ist nicht gut. Hm. Ist wahrscheinlich Österreich jetzt. Aber die sprechen kein Deutsch. Nee. Ja, ich würde gerade sagen. Nein, Digga, mach's nicht, Julian. Ist nicht am besten nicht. Wieiii. Ja, ich glaube, ich war schneller. Spezialeins der teuersten unsinnigsten Hobbys. Ja, auf jeden Fall. Das ist... Das ist so eine Sache. Warum hast du in Thailand genommen? Du hast du von überhaupt nichts. Überhaupt gar nichts. Nimm lieber Heroin. Also, jetzt nicht ernsthaft. Weißt du? Jetzt fragen sie die Leute dazu, Drogen zu nehmen. Nein, das war jetzt mehr oder weniger ironisch gemeint. Von Heroin hast du wenigstens eine Wirkung. Aber Nikotin ist so... Nee. Das ist einfach nur Schmutz. Das ist einfach nur Schmutz. Das macht dich süchtig und du hast nichts. Uuuuuhm. Espanol ist falsch geschrieben. Castellano ist es, oder? Ach so, fuck. Uuuuui. Alter, ich bin so schlecht. Ey, ich schreibe Spagnolo. 152 pro Tag an dem Sünders. Ja, Alter. Das scheide ich sehr gut. Ey, ich hab einfach zu spätes gecheckt. 64.000 Euro. Ja, aber das ist nur eine unsinnige Berechnung. Oh, Mann. Marc, ich sag dir, weißt du, die Leute sagen dann, ja, hättest du für das Geld, was du ausgegeben hast, für 20 Euro. So, Leute, beten. Hättest du gespart und hättest du in Lambo. Digga, wo ist dein Lambo? Weißt du, was ich mein, man gibt's immer für jeden eine scheiße aus. Ja, für den Lambo zum Beispiel. Was? Wenn man das Geld anspannen würde. BITTE DIE FÜNFHUNDED! Gar für den Sport treibst. Und selbst wenn kein Sport treibst, rauchen ist einfach nur Schmutz. Das ist so reines. Ich bin ganz ruhig. Ich weiß nicht, ob jemand meinen Wutanfall jetzt gerade mitbekommen hat, aber mein Tisch hat grad ne Schramme bekommen. Neust du das? Ich glaub, das sind mehr, oder? Sind das nachher acht? Aber es sind vier, 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 fünf. Hat irgendwer meinen Wutanfall mitbekommen? Weil mein Kabel ist gerade rausgerutscht. Kendrick Lambo ist ein... Ich hab gerade meinen Tisch verprügelt. Äh, ne. Kendrick Lambo? Dampfen. Dampfen, ey. Dampfen. Dampfen. Also... Äh... Easy. Äh... Mann ey, das ist in dem Zustand, ey, man darf nicht trinken und dann rechnen, ey, das ist unfassbar, ey. Das ist doch schlimm. Ey. Hör doch auf, ey. Ja, weil ich mach jetzt der Dampfen, ich rauch halt nicht, ich muss die E-Zigarette also dampfen. Äh... Das ist falsch. Ja, ist das, oder? Ja... Keine Ahnung. Ich wusste kaum, was ist das falsch. Ich wusste Balkern, es ist falsch, ja bald ganz genau. Boah, meine Hand ist voll rot. Der Balker... Ja, Marc, ich wusste ja, es ist falsch. Ich hab's in dem Moment gesagt. Warum hab ich das getan, ey. Meine arme Hand. Ja, das ist immer problematisch, so was äh... Ja, das ist grad einfach am Eis halt richtig. Ich sollte meine Wut echt nicht mehr an meinem Tisch auslassen. Dann sollte man generell nicht an Sachen auslassen, einfach in sich rein wüten. Ne, genau. Ich bete darum, dass ich nur die minus 500 kriege und natürlich bin ich der Spaß, der hier die Hälfte kriegt. Na, man kennt ihn. Wahrscheinlich Larry. So schön die Leute, die den Controller quer durch den Raum werfen. Alter, das kann ich nicht nachvollziehen. Was ich... Das maximale, was ich mit meinem Controller mache, oder was ich gemacht habe in Dark Souls. Eine Minus-Sache war bei. Eine einzige. Ich hab's nicht geworfen. Bin ich mal fest, ich hab's ja einfach nur so weggeloggt im Prinzip. Und das hat mir schon weh getan. Ne, ich drücke nicht mehr Leertaste. Vergiss es. Das bringt halt nix. Ich drücke nicht mehr Leertaste. Doch, doch. 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 Ich hab' den Fluch und basta. Ne. Da geht noch eine Leertaste. Boah, ey, höchste Zahl ist wahrscheinlich kommen die Fressen so gebeam. Ja das sind voll die Fressecke. So, Moment. Scheiße, ich schicke mir mal kurz ein Freundescode. Hä, was ist? Von... Äh, vom Technik-Solution. Wo ist ein Scheinling jetzt? Scheiße, ich kann nicht unterbrechen. Moment, ich mach's gleich. Ähm... Oh mein Gott, das ist... Oh ne... Ich glaub das war es nicht. Ja. Ich hab einfach irgendwas gedrückt. Ich hab einfach irgendwas gedrückt. Ich hab einfach irgendwas gedrückt. Keine Ahnung, ich drück öfter wieder irgendwas. So, Moment. Message. Da bist du ja Freundescode vor dem Technik. Nee, ich glaub das war Steven Universe. Ich hab mir mal der Song verstaucht, weil ich auf den Tisch gehauen hab. Ja, ist schon blöd, die Bier. Was ist? Ich mein, das ist so in Ordnung, weil es nur der Handgelenk und nicht irgendwas, was wirklich kaputt geht, auf Dauer. Nein, ich glaub, ist das falsch, ey. Mann. Ja, mir tut die Hand ja auch weh, weil ich meine Hand gegen den Tisch geschlagen habe. Neuendipzig oder? War es einundneunundneunzig? Zweita. Oha, oha! ein Boxsack, irgendein Knetball, irgendwas, was da drin ist. Knetball? Ich schieße es nicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist mal leiser. Okay, sehr gut. Ähm, Gettan zum Anschreien geht auch gut. Ein Wunderschön. Oh ja, das ist frech. Halbtechnik. Hallo. Ähm. Hallo. Ja, da geht ne Leertaste. Scheining, du musst. Du bist letzter. Ui. Ich hab's vergessen. Komm. Ich krieg eh nur minus. Quatsch. Dann kann ich auch bei irgendeinem Thema. Minus. Du bist auf einmal weg. Minus. Ich krieg die 2,5. Ganz klar. Nee, klar. Boah. Ich hab Knetball. Ja, Knetball ist halt mäßig. Gut, ich hatte damals zum Beispiel in meiner alten Wohnung hatte ich einen alten Stuhl von meinen Eltern in so einen Holzstuhl und ich hab halt zwei Mareten. So, und ich hab eine Machete genommen dann immer und wenn ich wirklich frustriert war, das war sehr selten. Aber wenn ich wirklich angepisst war, dann hab ich die Machete genommen und einfach auf diesen Holzstuhl eingeschlagen. Und das ist doch gut. Knetball ist nicht gut dabei. Ich bin mal meiner geplatzt und das ganz Auto war vorne. Weiß ich nicht. Ich kann mir alle letzten Jungle Shark vorstellen. Aber mittlerweile hab ich diese harten Aggressionen hab ich nicht mehr. Natürlich rate ich wieder richtig. Mauten schicken nicht richtig. Keine Ahnung. Ihr seid jetzt komplett geraten. Ich kenne purple man nicht. Ich hab purple man auch geklickt, keine Ahnung. Ja, ich kenne ihn nicht. Mh. Hanusmark kommt auf jeden Fall vor euch. Das ist richtig, krass. Ich kenn nur einen DARE DEVIL-Film. DARE DEVIL ist ne Serie. Es gibt auch nen Film. Fliuuiiii! Hab ich jetzt geclickt? American Psycho, you have to go psycho! New York oder Manhattan Manhattan war es, oder? Jaaa, es war natürlich Manhattan! NEIN! Da wo die Brücke da steht, ne? So ein guter Film Das weiß ich Das ist der Nil Wobei darüber noch nicht diskutiert wird Es wird angeblich noch darüber diskutiert wo es Nil oder Mr. C.P. ist Ja ist der Nil Ich bin kein so großer Family Guy Ich glaube es war nachdem Das klingt so blöd Genau das habe ich auch gewählt Weil es so doof klingt Das ist Family Guy so Das kann nur das sein Ist original so Er weiß es genau Bei den Flüssen gerade Ich krieg eh noch Minus, vergiss es Ey Shining Kannst doch eh nichts verlieren Mit deinen 11.000 Doch ich kann noch mal Hälfte kriegen Ja mein Gott Ob du jetzt verlierst oder mit Abstand verlierst Du krieg jetzt die minus 1.500 Und dann die Flüssen für mich Du verstehst das Spiel auch nicht bauen Verdammte Axt Wer versteht das nicht? Wie bitte? Hä? Man muss nur als erstes callen Ja so funktioniert das nicht Achso Du musst das Selbstbewusstsein haben Naja Äh Hat man doch Ich wünsche dir gute Nacht und viel Spaß morgen beim Arbeitstag oder eher auf jeden Erfolg Gute Nacht Adios Adios Schönen Abend noch Arbeiter Schicht Eckerhaft Eckerhaft Ich hab einfach irgendwas genommen Gut ich weiß es Sag mal Bescheid Wenn die Runde zu weiß ich Vorbeiß ich Ich weiß es Ich nicht Der war Polizist Echt? Mhm Und in Better Calls 2 Wreck im Bett das muss man nicht kennen Ist das der der Aufräumte? Der Wichter ist Ja natürlich Das ist Mike Eiter What the fu- Wiii Verwechselt Keine Ahnung Man ist schon so lange her Bro Mike Man kennt ihn Keine Ahnung Der wird erschossen von Walter Wreck im Bett muss man nicht kennen Was? Lust der Hör Keine Ahnung Ja Lust der Hör war halt so Whatever Abschneiden Was weiß ich denn Ach Rauden Das ist doch dein Metier Als ob ich mich hier irgendwie mit binärzahlen auskenne Das ist von 32 mit binärcode Kann doch nur das sein eigentlich dann Oder? Wann weißt du nicht? Weil hinten wäre ja dann eine 1 Bei den anderen Ich hab keine Ahnung Ich glaub in Kolumbien fallen die erst nicht Ja wird gesagt ja aber doch Kolumbien Kolumbien sind noch voll christlich so australier ja 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 das sind alles sehr christliche länder außer japan nein ich glaube ich bin gärtner leute ja du mit dem gärtner gärtner schmerz so jetzt vielleicht die hälfte meiner punkte als welchen würde ich nicht mitmachen aber 2500 sind für scheining der verkrieg ich war was gut ist der war krieg ich mal das gute ich bin übrigens sehr gut dass ich bei diesem spiel mehr zuschauer ab als zwei verkrieg hast du ja ja aber mit abstand gerade also zumindest heute nach so ich dachte insgesamt ich denke jetzt kann ich kräht jetzt ist es okay was als ob sie sich hier angepasst hätten bubbles sand bubbles bubbles wie geht wiii bubbles ist der kerl aus äh moment ah das ist sie ähm aber es ist doch ein kerl aus trailerpark boys jungs dann ist mcdonalds was ist denn los mit euch keine ahnung ich wusste nur dass ich taco belles kinder da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht ihr seid zu dünn ihr seid einfach zu dünn alle sagen immer ich wäre fett ach komm keine ahnung immer ja bei kunst und literatur kenn ich mich nicht aus aber bei fast food da bin ich am start das weiß allerdings hier das weiß ich habe den mod genommen auf komplett lol warum sollte man den moden juken was gremi smith ah nein doch so rot ja es ist ein roter komplett rosa eigentlich oder doch ist doch grün doch das sind doch die sauren jammern die sauren grünen äpfel jammern leute wenn die leute wenn ich irgendwas bei der solchen fragen nehme dann ist es meistens richtig ach ja wieder nachkommen wir sehen es ja nicht also der botaniker nein 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 hauspunkte ich wollte eigentlich ja ich kriege eh die videos 1 5 kommen die perre ich weiß ja das paar glück hat ja natürlich das ist ein allgemeinwissensquiz und wir haben einfach spaß eine wunderschöne wie bei den stream ober geht ich wollte ich nicht mehr ich muss gut rubsen frech ich freue mich gleich dass er technik auch noch dabei ist kann der nicht mal hälfte kriegen der dreckige endlich mal ein game wo technik auch mitspielt mit mir weiß ich doch nicht ich bin mir gerade nicht sicher wenn auch ich deine mama zensieren muss oder nicht deine mama nacht keine ahnung 49 broadway ja ok respekt heute die immer noch nicht verstanden haben welche von denen ich bin ich bin der der stets weint ich was weiß ich denn nein ich habe keine ahnung fuck Richard Hammond das ist Baby Stick oder oder das ist ein doch das ist ein Baby Stick yes ja man Top Gear guckt es euch an Jungs Stimmt Stick war dieser mit dem weißen Anzug oder ja genau genau wir haben einen neuen Overwatch Account aber es hat immer Ehre dass man den auf Level 25 hat ok belassen willkommen zurück Julian the best years wahrscheinlich oder aber wenn der Stream gut war wenigstens dann ist das schon mal schön also Elfink hat überhaupt nicht gebockt das bockt jetzt richtig ich sage ich immer wieder links für tot was Moment ich habe was genommen ich habe auch ich glaube aber es ist doch Taximo ich glaube es ist Taximo ich glaube es ist Taximo oder er passt die nächste nein 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 äh die äh Grand Tour Sachen also die Specials ich war sowieso immer nur Fan von den Specials ich war sowieso immer nur Fan von den Specials ja wo die irgendwo im Event geschickt wurden und dann und da ist auch Grand Tour sehr sehr gut dabei auf den 2-Jährigen also die ganzen Autosachen und so weiter war halt nie mein Ding weil ich habe keine Ahnung von Autos war mir immer Latte der äh Rebellion oder wie er heißt das Auto was die ganze Zeit umkippt dieser Engländer geil ja ok das sind auch so lustige Sachen noch wir haben ein paar lustige Sachen drin aber wenn es wirklich darum geht Autos zu testen da sag ich halt ne ist nicht meins aber so grad die Specials in Botswana oder in Burma in was weiß ich wo Junge er ist einfach Comedien die beiden einfach nur selber wie wir so miteinander harmonieren so Toll jetzt macht mich ne Mr. Twix sogar schon fertig mein ich doch auf jeden Fall Mr. Twix sagt auch schon nehm doch mal ne also abwechslung ne richtige Antwort komm ähm Moment ich kenne ich kenne Gravity Falls aber ich weiß noch nicht mal welche Gute Serie Gute Serie keine Ahnung was ist das ich weiß noch nicht mal welche Zahl das ist aber ich hab keine Ahnung ich war einfach nur geraten ja ich wusste die Zahl nicht mehr im Opa ok ja bin ich kein Fan von Julian aber Back4Bloodwit kommt im Juni wieder wenn es rauskommt irgendwie kam auch keine Anime Frage glaube ich bisher ja besser so nee falsch so die even auch un sc ja BluRay war einfach der modernste deswegen nein das war doch ein schäfer starb walking stick habe ich auch erst mal noch überlegt aber nee aber ist weiß ich doch nicht ich dachte erst einen tee oder sowas oder ein drink ich weiß es nicht oder ohrfisch und wieder die klaffer lacker sagt der richtige ich bin eh schon im abgrund ich weiß technik macht sich bereit gleich geht los heute batte hat niemand